Willkommen auf der Abundance Lernplattform. Mit diesem Video möchte ich dir einen Einblick geben in das GfK Kommunikationstraining Echt und Nett für deine Beziehungsqualität auf Herzhöhe. Der Marshall Rosenberg ist ja der Entwickler der gewaltfreien Kommunikation und ich sehe gerade da einen Rechtsprechfehler, den werde ich nur ändern, bevor du in den Kurs einsteigst. Und die Einladung ist eben dieses Tool einmal mehr besser kennenzulernen, aber nicht, um es zu lernen und auswendig zu lernen und dann wie eine Maschine irgendwas runter zu knacken, sondern indem du dich einmal mehr selber spürst, lernst du auch das, was dir wichtig ist auf dieser Bedürfnisebene, wenn du GfK schon mal gehört hast, auch einfach das heraus zu kristallisieren, um welche Bedürfnisse es dir geht und in der Form dich zu bekräftigen, dass dir einfach der Boden nicht unter den Füßen weggezogen wird in der Kommunikation, sondern dass du wirklich auch die Möglichkeit hast, dir selber und auch den anderen Menschen nahe zu sein, indem du einfach auch aus dir heraus von Herz zu Herz sprechen kannst mit dem, was dich bewegt, mit dem, was dir wichtig ist, nämlich echt und nett. Lass uns kurz einen Einblick wagen in diese Plattform. Und zwar siehst du hier, es gibt die Module Willkommen, dann gibt es Grundlagen zur GfK, das Vier-Schritte-Modell wird vorgestellt, die Selbstempathie wird als wesentlicher Faktor herausgegriffen, bevor wir diese vier Schritte uns anschauen. Und du merkst, die vier Schritte sind nicht so, wie sie vielleicht in einem Buch von Marshall Rosenberg angeführt sind, falls du die Bücher auch kennst, aber sind so aufgebaut, dass das alles in dich hinein sinken kann. Und dann gibt es noch den Exkurs in Richtung Partnerschaft, Familie und Beruf. Und all das, was du hier gerade siehst, ist etwas, was gerade auch in Entwicklung noch ist. Und wo du eingeladen bist über die Kommentarfunktion, lass uns da mal reinschauen zum Beispiel, beim Willkommen, da gibt es das Video, da drückst du dann eben drauf. Und dann hast du die Möglichkeit, das einerseits als vollständig markiert weiterzugeben, in die nächste Einheit zu gehen. Dann gibt es auf den Fortschrittsbalken einfach die Möglichkeit zu sehen, was du schon alles geschafft hast. Wenn aber Fragen auftauchen, dann sei eingeladen, diese Kommentarfunktion zu nutzen. Und auf diese Weise dich mir oder auch den anderen, die diesen Kurs buchen, mitzuteilen, weil wir lernen voneinander, wir können auch gemeinsam den Kurs noch wachsen lassen. Und ich bin gerne bereit, noch ein paar Videos mehr auch für dich zu drehen. Und deswegen ist diese Kommentarfunktion so wertvoll, weil es gleich im Kurs bekannt gegeben wird und du dann für dich dich mal vorfragen kannst, für das, was als Antwort vielleicht eben auch in Videoform kommt. Und vor allem, dass du da tatsächlich mitgestalten darfst für dieses Erstellen des Kurses, der im Moment bis zum 31.12., also Silvester 2021, für nur 111 Euro gebucht werden kann. Egal, welche weiteren Entwicklungen da stattfinden, welche Module noch dazukommen, welche Arbeitsblätter noch dazukommen, hast du die Möglichkeit, hier kostengünstig schon jetzt einzusteigen, den Kurs zu beginnen und von der vergünstigten Teilnahme bei den GfK-Übungsabenden auch zu profitieren. Der vergünstigte Preis wird nur für die Kursbucherinnen, Bucher zur Verfügung stehen. Eine Teilnahme ist natürlich dennoch möglich, falls du das Tool der gewaltfreien Kommunikation kennst und einfach Lust hast, dich auszutauschen mit Menschen, die hier sich auch einmal mehr vertiefen wollen, um Begegnungen auf Herzhöhe zu unterstützen. In dem Sinn, ich freue mich auf dein Dabeisein. Alles Liebe!